Okay, davon sagen wir mal bis 10. Okay, haben wir hier irgendwo noch 10 übrig? Die Granaten, ja, die werfe ich eh nicht, die mache ich auch kaputt. Okay, das geht nicht hier jetzt. Das wirst du immer noch wieder beschießen. Schießen. Ja, ein Kampf eingetreten, was? Ich weiß nicht, warum, aber gut. Ach so, genau. Was baue ich hier? 50er BMG. Okay, da muss ich mal ganz kurz reinschauen, ob ich mal welche übrig habe. Ja, ich habe noch. Nehmen wir mal was mit. Und dann, was wollte ich noch schauen? Lena? 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 Hallo? Hm. Ich glaube, wir hatten ein Level Up. Ich glaube, wir hatten ein Level Up. Ich schaue mir hier gerade die ganzen Sachen an, die man beim Level Up machen kann, nur dass du mal Bescheid weißt. Ich glaube, wir hatten ein Level Up. Ich glaube, wir hatten ein Level Up. Okay, ich weiß gar nicht, was ich da nehmen soll. Ich habe jetzt einfach mal Waffenschwanken gemacht. Ich habe eine Gitarre. Okay. 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 Das war's. Das ist das Problem. Warum? Ah, sorry. Bin ich im Weg? Ja, alles gut. Ah, schiebst mich? Warum sehe ich mich nicht mehr im Profil? Ich sehe meinen Charakter nicht mehr. Das ist komisch. Ja, das ist komisch. Wenn ich auf Team drücke, werden du und ich mir aber auch nicht mehr angezeigt. Es ist wild. Ach genau, das wollte ich noch machen. Ich kann die Waffen durchschauen mit den Ergänzungen. Ach nein, das ist besser. Ich kann die Waffen durchschauen. Ich kann die Waffen durchschauen. Ich kann die Waffen durchschauen. Okay, ich glaube, dann kann ich nochmal hier mit Munition. Um. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Das war's für heute. So, ich glaube, mehr kann ich nicht weglegen oder zerlegen. Das war's. Ja, gut. Was da draußen los ist, oder? Oh, warte, hier ist noch eine Kiste, die ich übersehen hab. Ich weiß nicht, was da draußen los ist, aber es ist wild. Vorhin stand ja auch irgendwas von wegen in Kampf eingetreten. Ja. Ja. Dann lass mal schauen, was genau... Oh. Ja, die ist schon wieder. Die fetten wieder. Ich schieß mal drauf, ne? Ja. Ich glaub, der ist schon kaputt. Ah, der da ist. Der aber noch nicht. Das kommt dahinter noch was, ob passiert. Ja. 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 Ich mach jetzt aber erstmal die kleinere. Ja. 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 Ich hab's gerade eine passiert, warte mal. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So, mein habe ich jetzt aufgehoben. Kann ich deinen auch aufheben? Deiner, deiner, deiner ist ja fein, oder? oder nicht einer ist tot wo liegt ne ist die frage ich nehme den Aufschnitt verkaufen die 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 Ich suche den die ganze Zeit, ob ich den... Ich hab den nachgehoben. Tot? Ich weiß nicht. Bluten? Aber du bist tot. Okay. Also weit kommt man nicht, ne? Das ist echt krass. Ich kann ja nicht mal 5 Meter laufen, ohne wieder das Inventar zuzubomben. Oh, da ist schon wieder einer. Großer? Nein, kleiner. So, da steht ja, wir sollen herausfinden, woher die Maschinen Nachschub bekommen, ne? Ja. Ist das das blaue, was markiert ist? Oder das rote, was markiert ist? Was denn da ist rot? Auf der minimap ist rot, markiert bei der 1. Aber nein, das war die FNIS Basis, ne? Das blaue ist... Das haben die Verteidigung und mehr Mission. Willst du es machen? Ja. Okay. Bis zumal, hab ich ihre Portos bekommen. Warte mal. Äh, ich kann dir was abgeben, wenn du willst. Ich halt was mal. Ne, hab ich nicht. Ja, dann warte schon. Ich hab immer noch... Ich hab immer noch einen großen. Warte, komm mal her. Ich dropp dir was. Ein bisschen mit. Hinter dir. Der läuft halt weg. So. Moment. Reparaturset. Ich kann dir eins droppen. Ich hab zwei mit. Hier. Guck mal her. Guck mal her. Guck mal her. Guck mal her. Wir müssen mal welche craften, ne? Naja. Ich muss aber mal mit mitnehmen. Bei Ausrüstung. Ja. Ich guck mal wo das ist. Okay, wir fallen. Hm, okay. Genau, das wollte ich hier kaufen. Das kostet 80. Okay. Und der C... Ja, das tun wir nicht. Okay. Huch. So, gehen wir weiter, oder? Ja, das schießt aber noch was, ja. Ja, das ist von der Seite. Das ist, äh, auf dem Berg neben uns. Aber ich glaub, wir kommen nie an, wenn wir überall stehen bleiben. Ja, dann lass uns das weiter gehen. Hier ist Holz. Nimm mal mit hier. Ein bisschen? Ja, jetzt... Ich hab grad schon selber beschrieben.